Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Na klar. Reaktor ein. Sensoren ein. Waffensysteme ein. Alle Systeme normal. Startsequenz beendet. Ne, bis hier nur ein. Okay, Centurion in Richtung Wasser. Blech an den Schiff an. Mhm. Katapult Richtung Wasser, D4 Ultra. Ja, Vorsicht sein Fachgebiet, kann er da gut geben da. Ne, nicht auf die Entfernung. Ja, ich gehe ja gleich vor, dann schießen sie ein bisschen auf mich und dann kannst du dir was aussuchen. Ne, ne, am besten schießen gar nicht auf uns. Ein Atlas, auf der linken Flanke, C4. Auf ein Slecht, ja. Servus, wie geht's euch? Hallo. Guti. Ah, was haben wir denn da? Was ist denn? Ah. Ah, das ist der Atlas. Gut. Das ist der M-Boot. Es sind noch mehrere ab Landen. Oh, sorry, sorry, sorry. Nichts passiert. Da steht noch irgendwas mit Akashis. Ich gehe mal näher ran hier. Da sind wir durch die Mitte vom Schiff. Das ist bravo. Ja. Ich gehe durch. Ja, ich auch. Ich bin nochmal zwei Sekunden weg. Bis gleich. Ich gehe nach. Bis gleich. Ich gehe nach. Ich gehe nach. Hat. Ich bin dabei! Bravo ist das mit den Ultras! Ich geh jetzt vorne an der Landen ran und versuch die wegzupuschen. Ich bin bei Madog dabei, Madog links von uns ist ein Katapult, das muss weggemacht werden. Weihnachts ist weg! Bravo, down, sauber! Next bitte, Foxtrot! Ja, bin ich dran, kann aber noch nicht wirken, das ist noch ein Atlas! Gut, Atlas first! Ich pushe die vier jetzt rum mit dem Katafrack, was hier noch rennt. Ich bin jetzt gleich da! Da haben wir alle zwei dahinteren! Ich hänge fest! Ich hole mir jetzt den Kino! Wir haben den Kentaro! Du hast einen Kentaro im Rücken, MJ! Ja, könnt ihr mit ihm wegmachen? Er ist abgehauen! Mein Tor ist offen! Erledigt! Schön! Ich weiß noch was, was schnell ist! Scheiße! Ich bin wieder auf dem Wasser! Delta 3! Äh, Delta 4! Juuu! Kentaro lebt noch, aber der ist schon offen in der Mitte! Übelst offen! Und sie ist wieder auf dem Wasser! Da ist ja noch ein, weiß noch was! Ja! Deswegen... Stimme das! Jetzt haben wir nun euren Spider. Bis zum nächsten Mal.